denke daran deinen trip zu aktivieren ok wenn man gerade schon im buch luthera sind leute da machen wir noch ein mokoko sam dann machen wir noch mokoko sam hier gerade das kann man gerade noch hier mit unterbringen glaube ich muss über einiges nachdenken wurde verletzt und trotzdem will er bleiben will er was haben wir zeigen ihm können wir mal schön zwei liedchen trellern ich bin doch ein guter bade oder wenn das kann ich gut spielen schenk geben aber keine ich brauche so viel weisheit leck mich am arsch ok leute dann nächster guide mokoko sam im castle noch mal gucken ob wir das schaffen warte auf ablösung keine besonderen vorkommnisse ja jetzt schon mal das erste secret und direkt mal drei mokoko sam wie kommt man auf end als entwickler auf sowas kann kann man das in die man mal verraten ok so ist die frage wo müssen wir jetzt hin wir müssen raus ich glaube hier kann man keins mehr geholt ich bin sicher unsere nachfahren werden dich und seine majestät so nächstes secret gibt es hier drin in der bibliothek lasst uns beten ist einfach wieder eine wand die keine ist so langsam kennen meine tricks so langsam kennen wir uns ganz aus nach hinten ist klar ok jetzt hier nochmal zurück aber witzig dass hier gerade auch einer drin war das ganze gesucht hat okay leute das war sich für zwei in der burg ruthera ich sehe grad näher ist auch in der burg ruthera die ist auch hier wahrscheinlich später oder gucken ob die wirklich da stehen haben wir noch mal sagen gerade ob näher ja wirklich hier ist es war eine andere näher gibt noch eine näher ist doch auch näher oder ist das vielleicht der grund warum der eine clip so oft geklickt wurde es wird sich etwas ändern wenn wir zum beispiel vorstellen wenn es zweimal die gleichen gibt wir haben echt tolles wetter hinter jedem mysterium gibt es auch eine auflösung ich glaube mir ja ist doch ganz am anfang die wahrscheinlich hat jeder gedacht oder die die das gesucht haben dass das hier die näher ist in der burg ruthera auch sehr versteckt hätte man nicht gesehen haben alle nein zwei fehlen uns noch die frage ist wo eins gibt es noch da oben auch okay eins zwei hier in der menschenmenge gibt es einfach nur sagen die entwickler sind doch statt sind doch ich kann es mal auf so was der letzte muss der letzte sein ja letzte von burglutera ist hier unten wenn man die treppe runter geht bitte mit uns auf dass wir die aufhalten deren erwachen bevorsteht irgendwo oder auch nicht ist hier drin kann ich mir nicht vorstellen oder wir suchen einmal alles ab ob hier irgendwo es ist weil draußen habe ich jetzt nichts gesehen und 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 Hier sehe ich aber wenigstens auch nichts. Da ist es, da ist er, Wahnsinn, okay, Burgrotera, Okokosamen erledigt, danke fürs zuschauen, danke fürs mitmachen, bis zur nächsten Folge.